Willkommen zurück beim Survival Wars und The Last of Us Remastered. Wir spielen das DLC Left Behind in Kontrolle über die Alley, beziehungsweise die Alley steuern wir gerade. Wir sind auf der Suche nach Medikamenten und Nähmaterial, um Joels fiese, fiese Wunde zu versorgen und versuchen, da oben zu diesem Militärhelikopter hochzukommen. Es ist ein bisschen laut gerade hier. Klicker machen, ganz schön närm. Ich versuche jetzt hier einfach mal rumzukommen und das aufzumachen. Laut! Okay, ich muss noch mal, ich muss, glaube ich, noch mal weg. Oh Gott. Nee, oder? Lass sie nicht zu mir jetzt kommen, bitte. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Was ist das große Ding? Ich kotze. Wow. Okay. Jetzt direkt mal hier rüber. Ich probiere es direkt anzumachen und ich glaube, ich... Okay, warte mal, wir müssen es anders, wir müssen es generell anders machen. Fuck, ich habe keine Flasche hier. Ernsthaft? Lief ja ganz gut. Oh mein Gott. Ähm, ja, so eine Ablenkungsflasche wäre krass gewesen, ne? Was ist das denn, wenn ich das direkt drücke? Guck, 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 guck. Lief super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay, andere Idee, andere Idee. Der kommt jetzt hier ziemlich angerannt gerade. Lass sie erst mal... Wir reagieren ja quasi noch darauf, dass ich das Rolltor da habe, runter... äh, runtergelassen habe, ne? Okay. Oh, du Penner. Scheiße, Mann. Das macht mich fertig. Was ist denn, wenn ich hier an die Seite gehe, auf die Seite? Die verhalten sich auch echt fast ein bisschen immer anders hier von Save-Game zu Save-Game, habe ich das Gefühl. Jetzt sind sie so weit weg. Ich probiere das jetzt nochmal. Komm, 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 komm. Alter, warum machst du das denn nicht zu? Okay, okay, dann halt nicht. Da kommt die Runner. Scheiße. Boah, ich glaube schon. Boah, ich glaube schon. Oh. Nice. Nee. Das kann nie... Doch, da ist nichts zurück. So heißt der... Ah. Oh, sieh. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Bist du bereit? Total. Nein. Ist das dein Ernst? Ein Karussell. Sag's ja. Ach so, es ist halt Strom an jetzt, ne? Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein. Die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Klar. Kann ich was tun? Kann ich was machen? Kann ich ihr sagen, ja? Komm mal los. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Ah, wie schön. Man muss sich ja immer vergegenwärtigen, dass sie das noch gar nicht kennt. Sie wurde ja, sag mal, postapokalyptisch geboren. Okay, warte. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Ich bin doch gerade erst drin. Alle mal einsteigen, steigen, 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 steigen. Klar. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Egel? Oh. Was ist das? Du bist so spitz, finde ich. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm... Die kalte Schulter. Da ist nicht die ganzen Dieter-Witze drin. Wer die Dieter nicht kennt, schaut mal bei uns auf Twitch vorbei. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich mein' ja nur. Ich kenn' dich doch. Ich mein' ja nur. Dieter-und-Kailen-Witze. Okay. Bist du bereit? Bereit. Okay. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bay-Kartoffeln. Bay-Kartoffeln. Ah! Ah! Sehr gut. Der war gut. Ah! Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Ah! 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 Okay. Ich lese gerade ein Buch über Anti-Schwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Ah! Schön! Ah! 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 Okay. Okay, nur ein. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Ah! Ah! Das ist so albern. Pff. Was heißt Geigenkassen, auch Spanisch? Fidel Castro. Jaaa! Ah! Meeh! Pff! Pff! Na, Intimarbeit. Ah! Ah! Ja. Intimarbeit. Ah! Ja. Ich hab'n Moment gebraucht. Okay. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Rutenplaner. Hm, okay. Wo in Baden-Mücken gern? Ganz klar Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Alles. Bisschen fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So heißt dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ah, schön, dass er nochmal erklärt worden ist. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Das ist, okay. Okay, wo wohnen Katzen? Klar doch. Das habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz? Ein toller Witz. Im Miethaus. Boah. Abendzeitung, Schlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch skizzerhaft. Ja, der ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Das ist so lach. Geil. Wie berechnet man einen ausgehungerten Vampir? Oh, okay. Blutarm. Blutarm. Okay, was macht ein Hacker am See? Oh, doof. Pisch mit PH. Das ist so doof. So was von doof. Was hat ein Bouillieu? Ein Fernrohr. Oh. Wow, nein. Puh. Puh. Wo braucht ein Ein-Arme der einen? Im Second-Hand-Shop? Hm. Da war dieser Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Soft-Drink. Aber, ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, oh. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. What? Da muss ich mal ein bisschen lachen, ne? Sag der große Stück zum Kleinen, wachs mal schnell. Oh, ist der doof. Kennt man. Weiter geht's. Das reicht. Wir haben alle durch. Krass. Ich stecke es jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hammermäßig. So gut. Schöne Einlage. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Okay. Seh dir das mal an. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Okay. Und go. Und los geht's. Freunde. Cool. Wir machen das mal mit Freunden. Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Du bist das Häschen. Ja, mein Liebes. Reitmachen. Okay, lächeln. Ähm, ähm. Rücken her, näher, näher. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein. Oh nein. Geil. Oh, oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Nee. Kugelfisch, Kugelfisch. Ein Kugelfisch. Okay. Reicht schon. Schweinsnase. Hammermäßig. So gut. Was eine coole Idee, oder? Aber trotzdem super. Oh, die sehen tolle aus. Was ist ein Facebook? Was ist ein Facebook? Bildet das Gesicht an ein Buch. Vielleicht was passiert, wenn wir auf Ja drücken? Wenn Nutzernamen eingehen. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas? Deinen Nachnamen oder so? Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindungen. Mua. Was bedeutet das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Perfekt. Ich weiß. Neuer Versuch. Ach, komm. Komm. Ah, komm schon. Verdammt. Ah, ich bin nicht. Oh. Dumbass. Oh, der Strom aus. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es bei uns. Ich glaube, du hast recht. Läuft. Oh, süß. Oh. Schön. Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Und Tätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Alter, wo weiter? Schön. Oh, die Rolltreppe geht. So, bitte langsam. Geil. Wow, schau dir das an. Hammer. Wow. Oh, oh, nicht trippen. Geil. Oh. Das ist ja echt so ein cooler Mädelsausflug, ne? Also Freundesausflug, muss man sagen. Nice. Das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Hammer. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Das müssen wir jetzt nicht raus. Nein. Irgendwas gibt's doch hier bestimmt zu spielen, oder? Ach, komm. Nee, nee, nein, ja. Runde Flipper. Ah, hier. Hier, 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 hier. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Oh. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Bist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Aha. Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. So richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja. Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Sie gleich. Okay, okay. Oh nein, ich hab's verskackt. Äh. 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 Scheiße. Yes! Oh, es war er. Oh Gott. Dank, 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 dank. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Nikes Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper sprengt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. M-m-m-monster-Kill. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. War ganz okay. Hörst du das? Zwei Mal. Verna. Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut. Wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marleen ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst mein Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist die hin? Riley? Riley! Wow. So. Es geht weiter Schlag auf Schlag. Wir suchen die Riley. Die ist jetzt abgehauen. Ich hoffe, das spitzt sich nicht so zu, wie es uns im Epilog von Last of Us angekündigt worden ist. Aber vermutlich wohl schon. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es geht direkt weiter. Wir sehen uns drüben. Bei so viel Verlust. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Vielen Dank.